hallo ich bin nicht allein denn ich bin immer noch da genau werdet ihr mich nicht los ich habe mein handicap dabei es ist gett nicht es ist ein handicap wir haben die acht welten geklärt und jetzt hier diesen das da freigeschaltet was ist das ich weiß es halt wirklich nicht dass das wird ich hätte das wird auch wie cool das wäre mein gott wollen wir das wirklich gleichzeitig stammattacken einmal und das wahrscheinlich nur als es zeigen wollten ja aha mit joshie erreichte ziele 1 dann merken wir mögen baby joshie geschnappte mopsis 5 erhalten aber cool dass es was gibt sondern so ein statistikhaus finde ich ja immer nice aber das ist keine statistik die wir zeigen sollten und jetzt kann man von der geheimen insel super star super star boulevard genau sehr schön dass das so flink geht ja wie können wir charaktere wechseln zeig ich dir denn wir haben was geplant wir werden uns keine mühe geben weil scheiß drauf wie du willst keine ahnung wo war der unterschied sie hat das beach kostüm ja ich bin jetzt die die letzte welt könnte sehr kotzig werden deswegen ja das level zu welt 1 knochen waren wir wollen jetzt einfach noch die maps zeigen weil ja auch gar nicht mehr so viel zeit haben viel zu krank sind für diese welten und viel zu schlecht was konnten sie noch mal genau einmal aber ja wenn oder wenn sie runter fällt das ist hier kolossus richtig großen eichelpilz dahinten den eichelpilz baum der hat auch unten verrundungen ja ich bin doch oben oben der stamm ist halt auch voll hübsch gemacht ja vor allem die sternmünzen bringen uns nicht ja wozu sind die denn jetzt können wir gegner nichts mehr anhaben man das ist ja wahnsinn hat sich macht ok ein wunder dass wir das in bekommen haben also ich finde ich mache das gut ich finde wirklich die krone so ich hätte dich ich komme einfach nicht hinterher oh gott oh gott oh gott bin ich froh dass ich das level nicht spielen oh man oh gott wie anteilnahmungsloser mob sie hüpft ja der hat bestimmt gar kein gesicht darunter ist vielleicht auch einfach nur lila ich finde den ein bisschen gruselig ein bisschen der erinnert mich immer an diesen einen aus link between worlds da gibt es auch immer so diesen komischen händler dude oder so weiß nicht warum aber ich bin wenigstens groß ne aber in den pilzerhäusern gibt es besondere items was sind denn besondere items pinguin und der propelleranzug ja ganz ehrlich wir haben das spiel gespielt wir haben einmal ein propelleranzug gehabt aber ich bin pinguin oh gott meinst du ist das zweite von links meinst du ist das zweite von rechts meinst du ist das zweite von rechts glaube ich what ja sehr gut ja aber ganz ehrlich die haben so ein tolles item und das haben wir beim kompletten durchspielen jeweils einmal gehabt das ist wenig finde ich ja eigentlich sollte das ja nur so ein bonus sein das ist ja ja alt und vergessen ja aber wenn es drin ist dann nimm es doch wieder rein ja das war doch cool ehrlich gesagt ich glaube ich spiel doch wieder Luigi das war mir jetzt gerade ein bisschen zu langweilig Moment können wir beide To Dead spielen? ne leider nicht soll ich wen anders nehmen? nein mach To Dead To Dead To Dead ist nett weiterlaufen bitte nein das war dir zu langweilig das war doch voll spaßig wie du dich da wir müssen rennen denn der Boden hier sind nur Münzen und wir haben hier überall P schaltert die müssen wir durchgehend aktivieren du verstehst? ja ja dieses Level ist so Horror es ist so schlimm dann braucht man eigentlich den Schlamm scheiß ne sonst tut mir ja gar nicht durch oh To Dead bitte danke oh nein oh To Dead oh To Dead oh To Dead ich hasse dich dieses Level ist so schlimm dieses Level ist so schlimm sicher dass du nicht wieder Mopsi spielst? ich bin grad noch um überlegen ach komm wir Mopsen uns da durch ja komm komm können wir beide Mopsi spielen? ich glaube nicht nein deine Liebe auf ewig verwehrt ja ja ok dann brauche ich aber das Feuerdenk mhm ok genau aber dann lass mich mal am besten vor ja und los ok oh Gott ich hol den ok was machst du denn? oh Mann warum hast du denn ne Stamm-Attacke bis nach unten gemacht? du hättest doch stoppen können es ist doch egal nein du wärst doch eh jetzt gestorben und du bist viel wichtiger als ich du ich mach ne Stamm-Attacke ah super ja ne oh Mann ey ich hab keine Wende los ach ist das was du spielst Mopsi fucking Mann jetzt komm los jetzt ich schwach angefangen und stark nachgelassen es ist real oh Mann ja ich kann sie Stamm-Attacke ja super oh wow das gehe weiter 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 oh fuck wie springst du denn? man dann spricht ich hack das ist deren ernst wir mussten panzer vorher mitnehmen glaube ich so jetzt jetzt versuchen einmal kurz ordentlich ich hab mich auf dich verlassen ich treff die immer nicht aber ich treff die nie ja ich bin schuld du willst mich verarschen du kriegst nicht einmal hin p zu aktivieren und du brüllst meinen armen ja weil du bist immer im weg gewesen in deinem weg ich stand hinter dir dein weg war vor dir aber ich bin auf dich aufgesprungen das hat mich irritiert ihr wäre sonst runtergefallen nein gar nicht du hattest schon verkackt ich werde schon ich werde zum pil gesprungen in dem moment aber dann bist du nicht im pil gewesen aber ich bin ja dann zu hoch gesprungen du hast es verkackt gibt es doch jetzt mal zu machen da guck mal ist das doch schwer ja für mich ja sag ich doch kann ja so schön wenn du das kannst freut mich jetzt weiter so jetzt müssen wir direkt weiter genau ich meine ich meine nupsi mitnehmen ja ich bin jetzt ich bin hinter dir und du sagst ich soll zum p ja du der vorne ist muss zum scheiß p wir haben keine zeit für deinen müll das hat keiner von uns beiden geschaffen ja nicht mit der einstellung ja mann okay soll ich in die blase gehen nein soll ich in die blase gehen hör auf drück doch das p drück doch das p ich bin zu durch wie das spiel ich kann nicht einmal p drücken mann aber auf meinem pad gibt es nur x und du ziehst du mal ein p da p gedrückt ja ich bin total schön danke p wie panne ey oh ich vergiss den jetzt mal oh kannst du einmal vernünftig springen alles komm mach mal da muss ich jetzt kommen kannst du weiter bitte ja so keine stammattacke da muss man die nehmen ich dachte er könnte hoch genug springen hast du ja ein bisschen angestellt ja natürlich habe ich mich angestellt aber jetzt habe ich ein p auf der stirn das hilft jetzt frage jetzt kriegen wir das überhaupt hin weil hier aber so können wir uns dann halt retten ganz geschmeidig so ein scheiß level war wie viel spaß auf einmal ja weil wir nichts machen müssen nein oh gott das war einfach das einfachste level spiel ja das war ja gar nichts also schön wie das p bleiben würde die stimmungskurve ist so richtig richtig bitcoin auf der flucht gefilmung wo da kommen die alle ich werde das mit die ideal drachen da ja nein oh gott weißt du aber das ist mir lieber sage ich jetzt aber das ist so da würde er nichts bringen ja ich hole ach so er muss die essen ja jetzt sollten wir noch nicht beide dass der gleichzeitig wieder machen bitte bitte sei nicht so kacke wie ich ja das gut rette dich und ja genau das ich wollte ich hole verstehst du denn immer nicht aber du hast ja nicht hinbekommen das ding ist nach oben da wollte ich sie holen wenn ich sage ich hole dann hole ich sie ja ist das ist jetzt der neunte part und ist dir noch nicht aufgefallen dass das vielleicht einmal eine scheiß idee war wenn du nicht auf mich ich hole super ich hole sie gemeinsam die kraft der freundschaft hat sie töten doch doch das ist du hättest du auch gekonnt ja aber ich habe unten ihren freiweg ist auf weg freigeschaffen ich hoffe ich werde ein zeichen komplett schnell kommt der schnell kommst du daran also egal was was passiert du holst jetzt nein du bleibst weg du bist du und sterblich sein vater oder was der welt hat schon loslegen machen macht entspannt ok jetzt jetzt sind wir beide krassen ja krass scheiß weil die sind ja richtig im verfolgungsmodus was ich habe doch gedrückt auf feuer und flamme wie du hier unten erwischt ich glaube wahrscheinlich weiter schwimmen ich hole sie und du gehst oben er ist einfach mister x ja die gerade weg wir haben alles nico wir sind gut akzeptabel keine kraft mehr zum springen die selbstgefällige grinsen von tod ich kann es nicht mehr sehen nehme ne echt nicht schlimm man pilzhaus ja kann man jetzt jedes pilzhaus jetzt immer wieder gehen ja kannst du dich richtig hoch farmen indeed äh propeller und ich merke mir den toad ok hast du noch ungefähr eine ahnung siehst du sehr gut ja funktioniert wenn sich jeder mal um sein joshi kümmert ne so im neunten part jetzt du tust so als du tust dir was eingetan beruhig dich doch mal ähm krono mini pilz ja mini pilz ist weiß ich nicht für den brauchen und jetzt nächste map brauchen wir direkten mini pilz und das haben wir richtig viele items lasst uns sie nicht benutzen in dieser letzten welt das könnte eine pinguin map sein oder bestimmt somit komplett durchrutschen ja oh oh gott lustig ok nico die eiswelt haben wir richtig gut gemacht schaffen wir es hier auch hä hä hat dich geweckt oder war eine provide oh yes oh yes oh yes was ist das denn was soll das was soll das ach so dann ist es ähm willst du mit der blase hoch vielleicht ist ein item brauche ich ne ich bin so schon naja vielleicht kriegst du ne eichel guck mal hm dankeschön naja auch voll keinen bock auf dieses item ne ach ne komm hier diese gespappte so ne ne ich hab Bock am ende geht da noch was schief ja äh siehst du das da ja ok sehr gut ja boah ah 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 ich würd nicht sagen dass das level mich grad tiefenentspannt aber ist grade äh kommst du da hoch ist grade echt angenehm kommst du da hoch kommst du da hoch denkst du auch da oben ja ist nicht dran ja ok ne meinst du wenn hier vielleicht könnte eine pflanze sein ja wir können ja mal auf fliegen ne ja ja nein vorsicht 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 die blase da ah ja ok soll ich ja ja ich bin schon nicht mit schlafen weg blase macht doch blase vorsicht kannst du kannst du vielleicht kriegst du es besser hin ja gut schütteln ach da nur wie ach das ein p warte ja du gehst hin und ich bin betätigt das p ja gleich dann warte ich bis du erst mal oben bist ne ja gut ja 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 das doch ja ist ja schön aber das ist nicht wo 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 ruhig bleiben ist gar nicht so schlimm ich war schon ich glaube das war jetzt ach das wippt immer hin und her dass ich greife dich das war wirklich davon das hat auf einmal eingeblendet wurde wir haben was geschafft jetzt bin ich wieder entspannt wir haben uns nicht angeschrien wir haben sich gehasst wir haben wir sind nicht tausend mal gestorben wir haben alle münzen gesammelt müssen das nicht noch mal wiederholen jetzt kommt die dschungelwelt ist das schlimm naja brauchen wir irgendwas weil irgendwie kacke einfach mal einfach machen findsten besser eigentlich gehen das eichelding oder ja das hat den propeller ja ja ich mag dass du halt so schräg gleitet ja okay gut hast du eine map ist das hier weiß ich noch ich habe mich nicht gewundert als wir das gespielt haben dass eine sache nicht kam das hier nicht aufmachen war irgendwie nicht so in meinem kopf drin ich habe mich nur gewundert warum du jetzt da bist und das nicht nutzen also hat ja sein kann dass ein grund hat oder so kommt schnell dann ja okay der pilz ist ja also wir sind ja gut geschaffen ist ja alles gut du hast 78 leben da muss da lenken doch so ein bisschen was soll dann kann ich so werden ja 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 aber erst wenn du da bist okay da ist vielleicht ein pilz für dich ja wo den die erst mal okay das sieht verdächtig aus ja zumindest haben wir hier rüber das ist jetzt bloß wichtig dass du deinen pilz nicht verlierst wir brauchen den für eine stampffattacke glaube ich deswegen lasst mich ich ich nur dafür dass positioniert diesmal oh mein gott ja weiß okay dann ist das nicht schlecht auf fuck. Du ahnst es, du ahnst es, du ahnst es. Nee, irgendwo musstest du bei einem Schild eine Stammfattacke machen. So richtig fies halt. Aber ich weiß, Luigi oder so. Also das ist was, was zu zweit jetzt echt scheiße ist. Deswegen glase ich mal. Okay, kommst rein? Sehr schön. Es ist halt echt hübsch designend so, die Welt. Ja. Guck mal, wie garstig er ist. Ja. Er ist halt an Yoshi's Island sein design. Ja. Oh fuck. Also das geht immer so. Oh mein Gott. Das ist ja krass, als im Level gerade eben. Ey, irgendwann dreht sich das noch komplett. Wow. Ich lag nicht falsch. Ich gehe ohne dich. Hauptsache, Hauptsache geschafft. Ey, voll gut. Ja, der hat echt Spaß gemacht. Ja. Also, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn mein... wenn mein Eichel weg geht da. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö bin einfach also dann opfer ich mich jetzt immer weil ich bin jetzt unwichtiger geworden soeben meinst du das ist richtig naja es bringt uns bestimmt irgendwo ein vorteil und blase mein feuerblume bringt dir halt nicht die die hast du hier bestimmt wirklich nur damit du dadurch ich kann rüber da links ist einmal sehr schön es gut ist wenn man getroffen wird dann hat man ja kurz noch dass man nicht getroffen werden kann das war gut das war wirklich ein junger gott ja tatsächlich also ich bin ein bisschen beeindruckt hier schaffe ich das egal 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 hier schaffe ich das habe direkt aufgegeben faktisch sobald du klein wirst komme ich kann ein spiel ja weil wir sonst doof einfach das bringt meinst du da links es ist wieder vorbei ich komme ich an der platz das tut mir leid oh gott lass mich das machen und die links das item noch ja lang spiel lächerlich lächerlich danke für diese münzer spiel jetzt müssen wir einfach noch durch oder sowas war nicht für zwei spieler komm schnell Nein. Boah, Mann, ey. Weil du da schon wieder so hektisch wurdest. Ja, aber wäre doch nicht so hektisch. Nein. Ruhig. 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 Oh, Mann. Ruhig. Soll ich nicht vielleicht vorgehen? Ist das nicht schlauer? Ja, mach mal. Kein gesehen. Das war wirklich schlau. Scheiße. Nein, 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 nein. Kann ich die da abfeuern? Bleib doch einfach da. Ich hab dich was gefragt. Nein, kannst du nicht. So, jetzt. Okay. Okay. So, warte. Erstmal checken. Wow. Ja, ich hab einfach da. Oder lauf oder such den Festwort. Ich komm mal. Und da oben wär's schon. Was ist nach dem Pilz? Ja. Okay. Kann das etwa das Ende sein? Also mein Ende, ja. Ja. Oh. 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 Oh mein Gott. Es ist vorbei. Oh. Den mochte ich jetzt nicht. Nee. Der hat mir nicht gefallen. Der war kacke. Ich hab auch das mit dem Gitter. Das fand ich cool. Ja, das mit dem Gitter war nice. Aber da könnte man eigentlich eine Map aufbauen, die noch ein bisschen länger und mehr so einen Scheiß hat. Ja. Oh, zwei noch. Oh. Na hab ich den Namen schon. Da waren sie einfach richtig unkreativ. Wir machen eine Map mit Lakito. Die können wir ja nennen. Lakito, Lakito, Lakito. Kannst du das nochmal sein? Nee. Das war eben schon so anstrengend. Mann. Oh. Kriegst du's hin? Ja. Nein. Doch, doch. War gut. Nach der Blase. Okay. Oh. 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 Warte, er könnte dich hochschmeißen. Hey. Bestimmt. Tschüss. Oh, das stimmt. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. ja richtig viel gebracht eben aber da ist noch so eine szene dafür brauchen wir den neuen lucky tun aber da oben ist die münze also von daher komm mal rüber komm mal rüber schaffst du es einmal finde ich die level richtig und verhältnismäßig so dass hier ist gefühlt sehr viel angenehmer als das von der letzten welt das weiß ich noch nicht weil ich bin in der blase und da unten ist auch wir brauchen einen moment ich kann nicht auch schweißen die position ja das war doch viel einfacher es war jetzt nicht so unter krass schwer ja aber aber wir sind auch zu zweit und wir sind ja auch ein eingespieltes dreamteam und so deswegen kommt jetzt das finale level ist das jetzt das schlimmste ja im ganzen spiel mopsi ich überlege gerade ob ich dich da jetzt erst mal alleine reinschmeiß damit du dir das angucken kannst nee komm ich will einfach dass es vorbei ist ich mach mal einfach den damit wir einen puffer haben ja genau mysterium der morgenstern fest und wo es auch gerade sagen ja jetzt auch gekonnt dann wäre es voll gleichzeitig und so nochmal mysterium der morgenstern fest das wort vergessen das ist so ein auswendig lernlevel wirklich auswendig 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 du kannst genau so machen es ist so ein kacklevel wirklich nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben ja das war jetzt das ist ja ungünstig ich bin auch weiter so zu kotzen und jetzt oder ich hole die in meinem namen wie hier multiplayer die pilze rumfliegen das ist ganz nett oh mein gott what the fuck was soll das denn nicht das unten lang oder ja du musst das ja 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 jetzt habe ich es verstanden jetzt stehen die halt gleich versuch mal ob du einfach rennen kannst ja genau und jetzt bleibst du da stehen in der mitte da hat er hat den niklas gemacht ne verstehst du jetzt passiert nämlich was ganz tolles nein ich wusste jetzt nicht was ist denn so toll ah siehst du oh mein gott man kann da nicht wieder ok vielleicht kann ich noch mehr abkürzen warte das sind eben die auf eine form ja versuch den pilz zu kriegen ja der ist halt nur irgendwie echt an der scheiß stelle man jetzt ein neuer struggle aber guck mal da unten in der mitte bist du sicher da kannst du dich ja genau erst mal dahin ganz ruhig ganz ruhig junger hebel und jetzt los zack zack boom ja na bitte brigitte diese scheiß slo mo ja das ist das zerstört dann komplett das ganze fertig das timing wollen wir allerdings mal gucken was du bist größer geh mal durch mann geh doch mal weg hä du warst schon weiter links bist du bescheuert ja wegen dem pendel ich musste ja warten bis das weg ist du trottel du hättest doch dich schon mal hier positionieren können ja gerade guck mal ich bin hier rumgesprungen weil ich gewartet habe bis das pendel weg ist das pendel ist aber bis hier noch frei ja und ja da ist jetzt echt ein bisschen ne nee 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 das akzeptiere ich jetzt nicht nein nico warte gib dir jetzt mal mühe nicht sterben ich bin auf dem gegner gelandert das war so nicht der plan oh mein gott kannst du das kostet uns zeit und mühe und energie komm nee jetzt mach ich müsste ja sterben damit das funktioniert so jetzt müssen wir uns beeilen ja komm okay durch 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 oh 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 nico wir haben 28 kunden aber ist ja vorbei jetzt nur aufpassen dass da nicht äh spring 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 rett uns alle oh scheiße oh soll ich dir mal was sagen jetzt kommt noch ein level ja weil wir alle Münzen gesammelt haben in den Münzenleveln ja das ist das lächerlich aber das bringt dann nur was wenn wenn man dann damit wieder ein level freischalt so finale letztes level der letzte level steht jetzt zur verfügung okay er sagt einem das auch ja genau wenn sonst mal irgendwas geiles das level ist aber einfach okay den panzer ein riesiger genau der kuperpanzer darf den screen nicht verlassen siehst du dann also das ist eher so ein bonus level oder welcher kuperpanzer wenn ich den wir kriegen an verschiedenen stellenpanzern und dann müssen wir dann hinterher laufen das hier ist jetzt nur so eine einleitung also da zum Beispiel Vorsicht okay aber wenn der vom Bildschirm ist dann kann der verkackt werden ich glaube ja dann musst du dann komm wow Vorsicht komm 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 oh Gott oh das ist ein Terror ja genau oh oh kass wow 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 lauf 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 wow willst du da runter? ich weiß nicht Oh, wir müssen uns... Auch runter, glaub ich, oder? Ne, wissen wir nicht. Und ein Leben! Ich sag da ein Leben! Niko... Was ist das mit dem? Warum ist da eine Wolke? Damit wir springen. Oh, da muss einer hinterher, ne? Vorsicht, der kommt raus! Springen so gegen den Block und werfen den... Warum hat das denn jetzt nicht geklappt? Warte, vielleicht kann ich... Ich mach einen Schrank-Attack und dann wird's gut in den Panzer. Also den wieder... Ja, es kam ein bisschen spät jetzt einfach. Oben links sind doch bestimmt noch ein paar Koopas gewesen. Oh, das ist so witzig. Ey, ja, super. Mach doch nicht so einen Fehler. Oh, scheiße, warte, ich könnte dich... Wie, wie hochkommt mich die Wolke? Vielleicht, wenn... Wolke und wir und... Ne, das ist doch nicht. Ähm, warte, wenn wir beide auf der Wolke und uns gegenseitig... Springen wir... Geh mal weg! So... Und dann untereinander, weißt du? Ja. Ja, ich bin auch gleich da. Man... Ne, kannst vergessen, weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Schaffen wir es uns nicht. Okay, da oben wäre dann nochmal eine Münze. Oh, und hier ist das... Spiel? Ja, die hätten wir mit dem Propeller geholt. Psss. Nyaaaah. Willst du das nochmal machen? Ja, klar. Bäh. Ja, ja? Ja, los, komm. Wie können wir jetzt nicht die letzten zwei Stellen spielen? Ja, so 99,2%! Moment! Mach doch! Ja... Genau, die Position hat eigentlich gestimmt. Oh, halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Jetzt ist sie noch ja... Moment! Ne, oder? Das ist kein scheiß P! Okay. Denn sammeln... Oh, man! Ja, wir können... Wir können ja sowieso nicht mehr viel machen. Doch, natürlich! Da! Jetzt ist es viel leichter, da noch ein Dings hinzubringen. Wenn jetzt... Oh, man! Du musst deinen Propeller behalten. Ah, okay. Der kommt wieder. Ja. Hängst du mir kurz hoch? Vielleicht? Wieso, der kommt doch hoch? Nein, alles gut. Oh, das ist richtig hoch. Der Teta kommt noch. Okay. Okay. Yes. Jetzt musst du mit dem Propeller doch den Scheiß holen. Lass dich nicht von dem Goomba treffen. Oh! Ne, oder? Nicht deren Scheiß ernst. Ja, gut, hier. Ja, super. Warte, den hole ich. Jetzt brauchst du den Propeller auch für dich mehr. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Oh! Oh! Das ist meine verschissene Scheiße. Ich hasse dieses Spiel. Ich werde sie wieder spielen. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Und guckt irgendwas anderes von Nico. Wirklich, ist ja alles gut, aber guckt... Folgt einfach den Verlinkungen, die ihr da sehen könnt. Klickt irgendwo rauf. Erstmal auf den Abo-Button und dann auf den Playlist-Button. Und auf meinen Abo-Button. Und dann auf GetNix-Abo-Button. Und... Das ist so überhaupt nicht belohnt, dass wir das jetzt geschafft haben. Ne, es ist so... Herzlichen Glückwunsch. Du hast... Nix. Äh... Tschüss. Der Albtraum ist vorbei. Oh Gott. Zeig ich jetzt, ob das lustig war? Ne. Ich bin mir gar nicht so sicher. Zwischendurch. Es hatte seine Momente. Ja. Es hatte seine Momente.